so meine lieben freunde und damit begrüße ich euch zu einer ja neuen adventure map und zwar spielen wir hier hin zu sehen oder bei ist sie ja nichts wo ist denn es sind ja hier haben viele geliebt werden komplett wenn be готов ist immer wieder bis die kuchen wir machen jetzt aber hier nichts kaputt geschlafen haben wir schon als wir uns in sporn sind gesetzt und ich habe gesehen hier ist ein knopf warte wie habe ich den meinung ich sehe nicht wo denn gut okay drück mal drauf ach so ich soll drauf drücken zwischen was passiert leuliche musik warte ich auch warte warte okay hier stehen anscheinend die regeln und alles aber ich gucke mir erst mal hier flow was flottief flottief also bei mir steht auch flottiefos wo hier ja nein rechts das rote flottiefos ja das ich glaube der ersteller da und fitters kurz ja das ist glaube der stelle nach so ok ok also warte will also ich lese mal vor jetzt ja bei der tue guter euro von kraft version 1.7.3 wir spielen 1.7.2 gern ja ist egal hey and welcome to my second puzzle adventure map also schon die zweite egal er hat noch eine andere ach so before going on a i want to thank everyone who played my precious map prince of minecraft hier ok können wir vielleicht auch noch spielen oder ja vielleicht später irgendwann mal so this map is specially made it with two people sind wir zu zweit scheiße wir sind nicht zu zweit no mann okay wir stellen noch den dritten vor und okay ich lese weiter so take a look around and see if you can find another person who wants to play with you and that no more players are present jawohl so now for the rules of this map don't break blocks minecarts or whatsoever if you do don't blame me for puzzle that aren't working which happened a lot in my precious map zweite regel only use items in chests buttons livers dispensers et cetera okay drittens no mods no sheets und no hacks ja okay gut ich kann ja mal hier im inventar o drücken ja gut ist allowed burning is allowed okay so ich muss weiterlesen regel nummer 5 enjoy this enjoy it is allowed enjoying is allowed so konkret nicht lesen also erschlag mich doch nicht ich muss lesen so dann hier map options difficulty pc pc i don't want to see any creepers exploding and running the puzzles okay ich habe monster ausgemacht so gut zwei render distance on short recommended was on short scheißegal las einfach dein rechner practice so also was also report any bugs or problems on the forums and let me know when you've made any video for youtube nein machen wir machen wir gar nicht nein okay gut now follow the path and go up the ladder to start your adventure good luck good luck good luck ich frage mich auf was die anderen schilder sind warte was steht hier don't feed the squeeze ja die anderen schilder sind einfach zur deko dann sieht es nicht so abgehackt aus also mit go 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 gadget go ich komme da nicht hoch was was du laberst ich habe das licht jetzt ganz da hinten aber kommt dann gelaufen als ich habe jetzt mal die connected Prozent den spungsmachs macht was connect dass die connected zu erinnern ja und das ganze 1 sache ist er genau connected das ist aber jetzt habe ich einfach mal ausgemacht so die ich bin hier oben auf dich naja ich bin schon da Arschloch 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 ganz weit unten oder das war knapp das war glaubt die vorletzte leider oder so die vorletzte Arschloch lass es einfach die doch Assia nein nein jetzt bin ich doch Junge das ist scheiße ja okay ich gehe wir wollen anfangen hier ja noch keinen einzigen Sprung gemacht und schon wieder neid weil wir sind ja 1 ich bin der 2 7 zu okay ich gehe und jetzt go go ach so wie ich bin wo geht es hin nur wo geht es L-Lol äh welcome today we are going to LOL habe ich nicht lesen können Scanning body BEEP 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 WOAH LAVA BEEP 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 oh mein Gott oh wait for it Alter wie geil äh oh hallo Janis Servus LOL Alter so hier ist noch mal am Bett ja und du wo bist du? hier drüben Alter hast du auch so ein riesen Text ja ja ich kann vorlesen ach du scheiße whoo I was as expecting a monkey was expecting a monkey you don't even look like a monkey oh well hello and welcome to the flood floody force äh scheiße ich kann es nicht lesen meine Grafik ist ich muss mich hierhin stellen clone creation center clone creation center 50.000 people used to work here 50.000 people used to work here was laberisch du so here now it's a fully computer controlled main faculty äh fast oh mein englischisch amarsch facility where clones are created and tested to use them for science äh scu ja science fiction science fiction ja oder äh propose aloud myself to introduce myself er öh nächste zeile well and my name is glafus and I'm monit monitor this facility As you probably just noticed, a clone has been made of you, oh my god. Before we start with testing, I'll have to inform you some things. First, you will stay before in this irgendwas, we can't let you go, because the last person that left this building caused a pen... Oh, you're already muted, you wichser. No. I thought it was... It caused a pandemic. Since he has infected here by a deadly virus, some will be awarded with cake at the end of these tests. Probably some tumors too, but don't worry. Well, out those out, I won't give you any armor to protect your body from injury or infections, since power, almost for pussies. Now in a... Kitkat! Let's go to the first test chamber. We have lots of tests to do. Good luck! Okay, I'm going to... I'm going to sleep. I'm going to press it. What? What are you? I'm already down. Okay. Don't panic. I made these first tests really easy. I think it's even easier to pop in bubble war, Rob. Rob? Besides that, the clone is with you and they say that two hands are better than one. Hmm. I'm your... What? In your case. One world, be better than none. Okay. Hallo! Ich habe jetzt so das starke Gefühl. Wir müssen... Ich muss den Schalter hier drücken. Und du auch. Echt jetzt? Scheiße. Ne, Scheiße. Okay. I'm impressed. I've never met such a small mind inside such a big head before. Test 2. Hä? Ich habe den Knopf schon gedrückt. Oh, dann müssen wir gleichzeitig drücken. Oh, man. Okay. 3, 2, 1. Oh! Oh, okay. Okay, gut. Good news. Okay.